Hallo Leute, ich werde jetzt zum Supermarkt fahren und gucken, was ich für geiles Obstuch komme und vielleicht, ich fahre jetzt zu einem anderen Supermarkt, darf ich da filmen, sonst muss ich mich leider wieder strafbar machen. Ich stehe jetzt auf dem Parkplatz eines großen Supermarkt-Anbieters und werde jetzt mal reingehen und fragen, ob man filmen darf, das wird auch sehr peinlich, das filme ich natürlich nicht. Beste Aussage vom Supermarktpersonal, nee, ich glaube, man darf hier nicht filmen und die andere, die dabei stand, ich glaube, dann müssen sie den Chef fragen. Nein, ich glaube, man darf hier nicht filmen. Ich hätte also entweder den Chef herzitieren können, um ihn zu fragen, oder ich hab's einfach sein lassen. Aber die Ausbeute war sowieso nicht so geil und von daher, naja, nächster Supermarkt vielleicht. Ich mag das nicht so, wie es anfängt.